Hi, ich bin Sören, bin 43 Jahre alt und gebe mit Leidenschaft Tennistraining. Ja, mit Tennis bin ich damals angefangen, gerade in dem Wuhn, mit Steffi, Boris und so weiter, da war ich neun. Und seitdem hat es mich einfach gepackt, bin dabei gewesen. Ja, ich bin Tennistrainer geworden, weil es mich einfach begeistert, Leute besser zu machen, voranzubringen und das Beste aus sich herauszuholen. Und bei mir können alle Altersklassen trainieren und jegliche Spielstärke. Also ich nehm vierjährige oder auch welche auch nachzusetzen. Man ist nie zu alt oder man ist nie zu unterführen. Das Training wird so organisiert, eigentlich je nach Wunsch und das Gruppentraining wird so durchgeführt. Insgesamt ist das schon sehr technikorientiert, aber dann halt aus dem Ballwechsel heraus. Und ja, je nachdem, ein bis zweimal die Woche, je nach Kapazitäten, je nach Wunsch, das ist eigentlich alles möglich. Man kann natürlich bei uns Einzeltraining bekommen, man kann aber auch Gruppentraining nehmen und wir legen eigentlich Wert darauf, dass unsere Gruppen nicht größer sind als fünf Personen. Man sagt ja eigentlich immer, Tennis ist was fürs Leben. Das versuchen wir den Schülern auch so beizubringen. Was würde ich dir mit auf den Weg geben? Ich glaube, du würdest erst mal, du würdest selber schon spüren, dass du von alleine wieder kompakt bist. Weil Tennis einfach ein geiler Sport ist. Kommt nach Oslo der Feen. Geiler Verein, geile Leute, alles ist sehr transparent, alles ist sehr, sehr offen. Es ist sehr familiär hier und modernes Tennis-Training. Was will man mehr? Wenn du dich angesprochen fühlst und Lust auf Tennis hast, dann bist du bei uns genau gut. Bis zum nächsten Mal.